K-U-L-I-M-A! 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 Klima! Es ist keine Werbeaktion für den Zoo Hannover, sondern junge Menschen protestieren an diesem sonnigen Feiertag in Hannovers Innenstadt für den Klimaschutz. Es sind Teilnehmerinnen eines Klimajugendkongresses, der an diesem Wochenende in der Region stattfindet. Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung? Klima interessieren und auch irgendwie wahrscheinlich schon engagieren oder vielleicht auch engagieren möchten. Aufklärung und Umweltbildung sind Ziele des Kongresses. Vor allem aber gibt es ein Fernziel. Gemeinsame Aktionen beim Klimagipfel 2015 in Paris. Das weitergehende Ziel ist eigentlich eine Jugendklimabewegung aufzubauen, die in Paris hoffentlich in Erscheinung tritt, die sich vernetzt, die gemeinsam inhaltlich oder organisatorisch auf Paris und darüber hinaus irgendwie arbeitet. Und das Ganze ist so ein bisschen entstanden durch den Warschauer Klimagipfel letztes Jahr im November, wo einige Jugendgruppen zusammengestoßen sind und dort festgestellt haben, dass es doch besser wäre, wenn man sich abspricht, wenn man vorher irgendwie gemeinsam sich auf solche Ereignisse vorbereitet, dort gemeinsam Sachen plant, dort vielleicht gemeinsam auch eine Unterkunft hat. Klimawandel soll wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Denn vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Klimawandel für die Armen der Welt schon heute Realität ist. Den jungen Umweltschützern geht es eben nicht nur um aussterbende Pinguine und Eisbären. Für mich ist der Klimawandel ein essentielles, globales Problem, was uns einfach vor unglaubliche Herausforderungen stellt. Wir müssen uns irgendwie damit abfinden, dass sich die Erde ganz massiv wandelt, dass Tiere aussterben, dass Zyklen sich verändern werden. Und da müssen wir einfach irgendwie mit umgehen lernen. Und das Ganze hat natürlich auch große soziale Auswirkungen, nicht nur ökologisch, für das Tierreich, für die Pflanzenwelt, sondern natürlich auch für den Menschen. Also für mich ist Klimaschutz ein ganz breites Feld. Zum einen heißt es für mich, dass wir privat mit unserem Lebensstil probieren, möglichst wenig CO2-Ausstoß zu verursachen. Zum Beispiel, indem wir ökologische Verkehrsmittel wählen oder wenig tierische Produkte oder sogar keine konsumieren. Für mich persönlich ist es wichtig, weil ich denke, ich habe eine Verantwortung. Durch mein Wissen sollte ich irgendwie in gewisser Weise auf den Klimawandel reagieren oder zumindest nicht ignorieren. Und dementsprechend geht es dann auch wieder um die nachfolgenden Generationen letztendlich. Klimaschutz jetzt, Klimaschutz wir, alle müssen wir und das wird auch hier.